Hallo, ich bin Granitanei, bin 17 Jahre alt und komme aus Wetzlar und Fußball ist meine Leidenschaft. Und auch bei 8 Stunden auf der Arbeit weiß ich, wie ich mich auspowern kann bei meiner Freizeit. Basketball spiele ich auch sehr gerne in meiner Freizeit mit meinen Freunden. Ich bin Jason Muckrasch, bin 17 Jahre alt, komme aus Wetzlar und das sind meine Hobbys. Auch bei Stress auf der Arbeit weiß ich, wie ich mich in meiner Freizeit entspannen kann. Das ist ein Klimi, das Partico. Bis zum nächsten Mal.